Sachtexte musst du nicht nur im Deutschunterricht bearbeiten, sondern auch in Englisch. Zu ihnen gehören beispielsweise Zeitungsberichte, wissenschaftliche Artikel, Aufsätze, aber auch mündlich vorgetragene Texte wie Reden oder Referate. In diesem Video sehen wir uns dazu die Rede eines ehemaligen Präsidenten der USA an und stellen uns die Frage, what is his line of thought? Dazu solltest du auch die typischen Merkmale von Sachtexten kennen. Falls nicht, dann frisch das nochmal schnell auf. Wir sollen hier also einen Auszug aus einer Fernsehansprache von George W. Bush untersuchen und seinen Gedankengang erklären. Dazu erst etwas Vorwissen. Sachtexte bestehen üblicherweise aus mehreren Sinnabschnitten, deren Inhalt man jeweils in einer Kernaussage zusammenfassen kann. Außerdem hat jeder Sinnabschnitt eine bestimmte Funktion im Text. Zum Beispiel Introduction, Exposition of Facts, Argument, Explanation, Illustration, Example, etc. Bei der Untersuchung eines Sachtextes ist es daher wichtig, dass du das Thema und die Funktion jedes Sinnabschnitts verstehst und die Kernaussagen jeweils mit eigenen Worten formulieren kannst. Damit der Autor den Sachverhalt gut vermitteln kann, benötigt er auch eine gute Argumentation. Um diese zu beschreiben, stellst du dir folgende Fragen. Ist die Gedankenführung logisch? Bleibt der Autor beim Thema oder schweift er ab? Verliert er sich in Details? Wie sind die Argumente angeordnet? Vom Wichtigeren zum Unwichtigeren oder umgekehrt? Dann analysierst du, wie Argumente veranschaulicht werden. Welche Beispiele und Belege werden genutzt? Survey, Exact Figures, Experts. Also Umfragen, Statistiken, Expertenmeinungen. Prüfe dabei auch, ob die Auswahl der Beispiele passend ist. Last but not least beschreibst du die Wirkung der Argumente. In welcher Beziehung steht die erzielte Wirkung zur Autorintention, Textsorte und Inhalt? Schauen wir uns das einmal anhand der Rede von George W. Bush an. Im ersten Schritt ermittelst du den Sachverhalt bzw. das Thema des Textes. Worum geht es? Es ist die TV-Ansprache des Präsidenten nach dem Terroranschlag am 11. September 2001. Das wird bereits in der Überschrift deutlich zum Ausdruck gebracht. Im zweiten Schritt untersuchst du die Gliederung und den gedanklichen Verlauf des Textes. Dabei hilft die Einteilung in Sinnabschnitte. Im ersten Abschnitt führt Bush in das Thema ein, indem er die aktuelle Situation am Ground Zero beschreibt. Das lässt sich zum Beispiel mit der Überschrift Exposition of Facts umreißen. Im zweiten Abschnitt, Illustration, beschreibt Bush das großartige amerikanische Volk, das sich nicht einschüchtern lassen soll. Im dritten und letzten Abschnitt fasst Bush nochmal zusammen, dass man sich an diesen schrecklichen Tag erinnern muss und dennoch weiter für die Freiheit in dieser Welt gekämpft werden soll. Das ist also die Conclusion. In Schritt 3 untersuchst du die Argumentationsstruktur, also wie der Autor seine Argumentation aufbaut. In unserem Beispiel beginnt Bush mit der Beschreibung des Ist-Zustandes nach dem Anschlag. Er ruft die Bilder ab, die das Volk zu der Zeit im Kopf hatte. Dann beschreibt er das Motiv der Terroristen, indem er auf das positive Selbstbild der Nation hinweist. Schließlich versucht Bush im Abschluss seiner Ansprache, das amerikanische Volk weiter zu motivieren, für die Freiheit in der Welt einzustehen. Deine gesammelten Ergebnisse zum Inhalt kannst du nun ausformulieren. Und das könnte zum Beispiel so aussehen. Diese Analyse ist natürlich nur ein kleiner Teil eines Aufsatzes über Sachtexte, aber ein sehr wichtiger. Er wird dir bei der weiteren Bearbeitung nützlich sein, wenn es um die Intention des Autors oder deine eigene Interpretation geht.